Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine Heißklebepistole richtig verwenden kannst, dass die Verbindung danach einfach sicher hält. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal brauchen wir hier eine freie Arbeitsfläche, welche nicht leicht entzündlich ist, denn hier kann immer mal wieder etwas daneben tropfen und das Ganze ist ganz schön heiß und das sollte natürlich nicht auf das brennbare Material gelangen. Danach geben wir so einen Klebestick einmal hier in unsere Heißklebepistole von hinten hinein. So einen Klebestick gibt es im Durchmesser von 7mm und 11mm, darauf muss man natürlich etwas achten. Bei mir muss ich jetzt den Stick mit 7mm von hinten so weit wie möglich einmal reindrücken und dann kann ich das Ganze auch schon an den Strom anschließen. Meine Heißklebepistole ist jetzt schon an dem Strom angeschlossen, doch es funktioniert noch gar nichts, denn ich habe hier unten noch so einen Schalter. Bei den meisten Heißklebepistolen ist dieser Schalter jedoch nicht dabei, also wenn du nun den Stecker in die Steckdose gibst, dann fängt diese sofort an zu arbeiten. Doch zuvor solltest du einmal das Heißklebepistolengestell hier hinten ausfahren, damit das Ganze auch schön sicher steht und dann kann ich diese einmal anschalten und nun muss ich für etwa 3-5 Minuten warten, bis hier innen drin der Klebestick schon leicht flüssig wird und somit kann ich dann mit der Heißklebepistole arbeiten. Ich habe jetzt in etwa 3 Minuten hier einmal die Heißklebepistole warm werden lassen. Man kann hier vorne auch schon sehen, dass etwas flüssiger Kleber hinauskommt. Hier muss man einfach mal noch ausprobieren, am besten ein Stück Pappe noch nehmen, dann einmal hier hinten draufdrücken und ich denke, du kannst sehen, es kommt schon flüssiger Kleber raus, weswegen die Pistole jetzt heiß genug ist zum Arbeiten. Als Beispiel möchte ich jetzt mal diese zwei Holzklätze zusammenkleben. Natürlich funktioniert das Kleben mit der Heißklebepistole bei fast allen Möglichkeiten bei dir im Haushalt. Doch zuvor drücke ich jetzt mal noch diesen Abstellbügel hier weg, dann nehme ich mal einen Holzblock, gebe etwas Druck auf die Pistole drauf, also immer hier unten einfach leicht drücken wie bei einer normalen Pistole. Ich gehe am liebsten immer so schlangenförmig vor, dass wirklich überall etwas Kleber dort ist und normalerweise sollte das auch schon reichen. Deswegen jetzt nochmal schauen, Moment, das ist ein bisschen blöd geworden, der Bügel ist jetzt wieder ausgefahren, genau. Die Heißklebepistole stelle ich hin und jetzt gebe ich hier einmal meine Holzklätze aneinander ran, und dann, solange der Kleber noch flüssig ist, gebe etwas Druck drauf und dann kann ich einfach mal diese Holzklätze hier abkühlen lassen und somit sollte der Kleber dann auch fest sein. Während mein flüssiger Kleber hier drin noch Abkühlung gerade fest wird, noch kurz der Hinweis. Ich lege meistens noch gerne etwas Pappe drunter, denn es kann immer sein, dass hier noch leicht etwas nachläuft. Möchten wir natürlich nicht, dass das Ganze hier schön auf unseren Tisch geht. Deswegen aber auch die Heißklebepistole so mit dem Aufstellbügel hier hinstellen. Auf keinen Fall so schief hinlegen, denn so läuft der Kleber noch leichter hinaus. Und natürlich nicht vergessen, dass wir unsere Heißklebepistole abstellen oder halt den Stecker ziehen. Das ist vollkommen egal. Wenn deine Heißklebepistole jetzt abgekühlt ist, bitte nicht den Fehler machen und den alten bzw. schon verbrauchten Klebestick hier hinten nach hinten rausziehen, denn diesen solltest du wirklich komplett aufbrauchen und danach dann erst einen neuen Klebestick, wie vorhin schon gezeigt, in die Heißklebepistole hineingeben. Ich habe den Kleber jetzt nochmal ungefähr 5 Minuten abkühlen lassen und ich denke, du kannst schon sehen, die Holzklötze sind wirklich schön aneinander geklebt, so wie es sein sollte und somit haben wir unsere Heißklebepistole auch schon richtig angewendet. So eine Heißklebepistole hier kann man zu Hause wirklich immer gebrauchen, denn damit kann man fast alles Mögliche kleben, wenn etwas kaputt geht. Wenn du dir für zu Hause jetzt so eine Heißklebepistole oder auch solche Ersatzsticks entweder in 7mm Durchmesser oder 11mm Durchmesser zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür Amazon. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern, zum relativ günstigen Preis und als Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.